Und ich bin erst mal 50% an. Die Offensivsysteme versagen. Solarlanze deaktiviert. Tolle Nummer. Die Energiematrix des Schlüsselsteins ist zur Hälfte aufgeladen. Wir müssen weiterkämpfen. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Hier, geh mal da hin. Ich bin zurückgekehrt. Ich registriere mehrere Namen der Gegnergruppen. Sie greifen zwei Zugänge gleichzeitig an. Nein! Verwenden! Verwendet mich. Wir sind noch nicht hin. Ich greife Feind an. Machen Sie zurück. Die Basis. Eure Verbindungen wird gelagert. Alter, Verwalter. Ja, nur fangen wir auch nicht. Alter. Wir gehen, macht mal hin. Empfange. Locktie. Ich bin zurückgekehrt. Jetzt habe ich hier anscheinend keine Probleme mehr mit, äh, Truppen. Aber halt hier so hart. Oh, was ist das denn? Basis für alle. Alter. Erwarte Instruktionen. Bleibst du da? Ja, genau. Räum mal ein bisschen auf hier. Talada. Erach, ich orte eine weit größere Flotte der goldenen Armada, die auf den Schlüsselstein zuhält. Wagnet euch. Eine weitaus größere Armada. Als was? Als eben gerade? Erach, Julio. Unser Triumph ist nah. Für Ajuur. Im Namen der Bibel. Für A. Ja, das haben die doch geplant. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Okay, nee, äh, gehen wir doch lieber hier hin. Meidsona. E-Tab. Da scheinen ein paar mehr zu kommen. Ich bin zurückgekehrt. Seht doch an! Beginne! Warte, werde ich gebrauen. Ich bin zurückgekehrt. Die Basis läuft auf den Hüten gelagert. Ja, wir heilen, wir heilen! Ich werde dieses Universum neu erschaffen, wie es hätte sein sollen. Perfekt! Ach, halt, Zappel! Initialisieren! Beginne! Lufttage! Der Anschutz! Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Übertrage! Ich bin zurückgekehrt. Hehehe... Was? Oh nein, nicht der Nächste! Rumpf durchbrochen. Das Defensivraster ist ausgefallen. Phoenix kann nicht mehr auf die Oberfläche entsandt werden. Greife Feind an. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ja, es ist kein Problem. So, hier geht jetzt mal ganz hier hin. Ja, ist ja nur noch 70%. Ich hoffe, der lädt ein bisschen schneller, der Gute. Oh, das ist ein alter Haar. Ich bin hier voll frei. Oh, die Ruhe ist raus, so ein bisschen. Ja, natürlich. Unsere Feinde setzen uns an allen drei Zugängen zu. Gebt nicht nach. Schwörde. Ich kann jetzt nur leider die Zeit nicht anhalten. Dauert noch. Aber schon für den Abschieb ist er. Ja, bin ich sorge für den Abschieb. Greife Feind an. Empfange. Ich bin, greife Feind an. Die Basis eurer Fündigen wird belagert. Ja, belagert. Greife Feind an. Oh, gee. Ein, was? Okay. Greife Feind an. Das ist vier, danke. Basis wird angegriffen. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Alter, Fahrrad. So, kann er das? Ich glaube, hier brauche ich jetzt ein paar mehr. Werde ich gebraucht? Ja, geh mal da hin. Ich bin zurückgekehrt. Das ist einfach. I-Tag. Könntet ihr bitte ein bisschen... Verwendet mich. Ein bisschen zurückgehen, danke. Also irgendwie... Oh, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt noch was klingt, aber... Greife Feind an. Ah, ich muss nicht. Die goldene Armada. Ein leuchtendes Symbol der Arroganz. Euer Hochmut wird euer Fall sein. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Will ich gar nicht... Look time. Halt mir doch gleich mal die Zeit an, oder? Oh Gott. Vielleicht haben wir 80 Prozent, ey. Werde ich gebraucht? Bieter. 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 Ich bin zurückgekehrt. Bieter. Bieter. Ben-Toda. Ben-Toda. Initialisier-Full. Bestätigt. characterization. Ben-Toda. Tor limit. Ben-Toda. In-Toda. Zentralisier-Full. Bestätigt. Reaktion an. Initialisieren. Luftball. Beginnen. Hinter. Geradensutz. Macht mal da unten. Was? Greife Feind an. Lugtai. Itak. Initialisiere. Lughtai. pussy. profit. Ich bin zurückgekehrt. Immer schneller hier! Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich habe mich gebraucht. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Aber es muss nichts heißen. Ich gehe da trotzdem hin. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Bei den Göttern. Sie steuern ihre Schiffe direkt in die Speer des Adun hinein. Der Kern ist in einem kritischen Zustand. Hierarch, wir können euch nicht mehr helfen. Ihr habt genug getan, Rohana. Der Schlüsselstein ist bald vollständig aufgeladen. Ihr habt nicht genug getan. Ich werde euch ihnen so lange wie möglich. Oh, ich habe keine Versorgung mehr. Werde ich gebraucht. Mechonath. Dann! Editor! supposedly! ently! Ihr Blut klebt an deinen Händen, Athanis. Falscher Retter. Nein, Trotz bedeutet ihren Tod. Hier reich. Ich orte eine riesige Ansammlung von Protoss-Signaturen. Amon hat allen besessenen Templern befohlen, den Schlüsselstein anzugreifen. Wir werden standhalten, Charax. Wir müssen. Ernsthaft? Werden wir das? Luchtein. Interaktiv. Dreife Feind an. Dreife Feind an. Initialisieren. Luchtein. Eater. Initialisieren. Wir begegnen dem Feind Encoms. Greife Feind an. Die Energieausgabe des Schlüsselsteins erreicht bald ihr Maximum. Der Sieg ist nah. Verliert die Hoffnung nicht. Greife Feind an. Greife Feind an. Wir verlieren die Hoffnung nicht. Nein. Wir verlieren nur jede Menge Krieger. Dies müsst ihr in einem Ende. Ich bin zurück. Ich weiß dort. Ich bin zurück. Basis. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Bleib. Luchtein. Die interfüttet. Greife Feind an. Greife Feind an. Greife Feind an. Die Basis. Die Basis wurde angehe. Zu destillieren. Luchtein. Greife Feind an. Greife Feind an. Nur keine Eckdick, nur keine Eckdick. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Alter, lad schneller. Ich bin nicht sauer. Greife Feind an. Greife Feind an. Die Energiematrix ist aufgeladen. Der Schlüsselstein ist bereit, Hirach. Krieger, zieht euch zum Schlüsselstein zurück. Lasst sie kommen. Sehendes! Lass sie gehen! Selendis! Templer! Befreit euch von Amon! Durchtrennt eure Nervenstränge! Nein! Wir sind eins in der Kala. Ohne die Kala. Was erwartet uns? Freiheit. Glabed. Loped. Glabed. Glabed. Die Schmerz. Entarno Atalys! Der Gefallene wurde in die Leere zurückgeschickt. Vorerst sind wir frei. Und all das dank Euch. Ich werde den großen Traum unserer vereinigten Spezies verwirklichen. Wir werden die Überlebenden versammeln, unsere Städte neu errichten. Was uns einst trennte, soll fallen und einer neuen Gesellschaft weichen. Gemeinsam werden wir unsere Bestimmung zwischen den Sternen formen. Und ich habe den Erfolg bekommen. Aber das... Oh Gott. Tut mir noch mal leid wegen dem ganzen Mimimimimi. Aber eigentlich ist es ja noch nicht zu Ende. Es gibt ja noch eine... Wie kann das sein? Hierarch, wir empfangen eine nicht autorisierte Übertragung. Sie stammt aus... Ulna! Es ist Kerrigan. Was? Aber es gab doch noch... Also... Gab es doch noch. Ja. Es gab noch ein Epilog. Ja. Oh Gott. Wie gesagt, noch mal ganz große Entschuldigung wegen dem ganzen Mimimimimi. Aber... Oh... Ich bin da so... Abgeflucht. Oder ich habe da so abgeflucht bei den... Oh Gott. Ja, denk mal nicht weiter dran. Haben sie geschafft. Dann kommt jetzt... Würde ich sagen. Der Epilog. Nü.